Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Ute von Secret Sports. Heute machen wir wieder ein bisschen was zum Thema Fitnessboxen. Das bedeutet, wir ein bisschen den Kreislauf nach oben bringen, den Puls nach oben bringen, effektiv ganz, ganz viel Spannung in den Körper bringen und uns ein bisschen auspowern. Wir machen eine kurze, knackige Einheit, wir wechseln damit Boxen und Pilates ab und ein bisschen Tanz für Lockerheit wieder und wir beginnen direkt. Ich erzähle euch die ganze Zeit immer was zum Training, von der Technik. Ellenbogen müsst ihr schön unten lassen beim Boxen, das ist ganz wichtig. Schaut, dass ihr euch aufrichtet, die Schultern bleiben unten, Brustbein gehoben lassen, den Bauch ganz fest anspannen. Okay, dass wir hier Spannung haben im ganzen Körper, von hier kommt die Kraft. Und mit den Beinen sage ich euch die ganze Zeit, also entweder haben wir Standbein gebeugt, das andere ist gestreckt oder wir müssen es zur Seite bringen, wie auch immer. Ich sage es euch, es geht los. Tief einatmen und aus. Tief ein und aus. Locker in den Knie. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Einmal noch. Tief ein und aus. Und wir beginnen gleich mal. Wir nehmen die Beine mit. Und dann, zwei, drei, komm. Tipp, Tipp, Schultern kreisen. Tipp, 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 Tipp. Jawohl, beide nach hinten. Sehr gut. Richtig zum Ohr ziehen. Tipp, Tipp, Tipp. Und die Schultern andersrum. Nach vorne. Los, Bewegung. Nehmen ruhig die Ellenbogen ein bisschen mit. Nehmen sie höher. Tief einatmen und aus. Der Bauch muss fest. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer. Und die Arme werden größer. Tiefer mit den Beinen. Immer die Füße auftappen. Versuch den Takt zu finden. Tipp. Und wir schwingen. In die Seite. Dreh die Hüfte mit. Locker. Locker in den Armen. Zieh. Und jetzt zieh. Zieh. Mit ein bisschen mehr Kraft. Zieh. Hüfte geht immer noch mit. In die Seite. Zieh. 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 Und wir gehen nach vorne. Vorne. Tipp ab die Füße. Tipp. Tipp. Immer schön gleichmäßig. Beide Arme. Zieh. Und zurück. Zieh. Und wir gehen wieder ein bisschen tiefer. Genau. Oberschenkelmuskulatur wird schön warm. Zieh. Zieh. Und wir Armen nach oben. Hoch. 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 Schieb richtig mit den Händen nach oben. Jawohl. Viel mehr. Drei. Zwei. Und wir gehen die Knie dazu. Knie. Mobilisation der Kniegelenke. Komm. Richtig schön beugen. Beugen. Und wir ändern wieder. Knie nach oben. Nicht springen. Arme groß. Und zieh. 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 Die Knie jetzt nach vorne. Die Arme zur Seite. Lange Arme. Komm. Richtig lange Strecke. Hoch die Knie. Hoch. 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 Wir nehmen die Fersen nach vorne. Schieben die Hände nach hinten. Handflächen hinten. Schieben. 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 Wir gehen tiefer. Komm. Setz dich tiefer. Huch. Huch. Zwei. Und zur Seite. Und jetzt wieder lange Arme. Lange Beine. So. Jetzt wird es langsam warm. Sehr gut. Zur Seite. Jawohl. Vier. Drei. Zwei. Nach hinten. Komm. Zieh. Nach hinten. Halt den Fakt. Zieh. 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 Komm. Zieh. Spannung im Bauch. Damit ihr den Takt halten könnt. Zieh. Zieh. Und die Fersen nach vorne. 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 Komm. Setz dich tief. Huch. 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 Noch vier mehr. Drei mehr. Zwei mehr. Und zur Seite. Stell dich seitlich. Fußspitzen nach außen. Knie. Locker. Nicht die Knie nach vorne schieben. Setz dich nach hinten. Oberkörper aufhalten. Tief. Tief. Kleinkreisen. Kreisen. Kreisen. Spannung in die Arme. Setz dich noch ein bisschen tiefer. Tief. Tief. Noch vier. Drei. Zwei. Und wir ziehen zur Seite. Nur der Oberkörper. Bauch. Anspannen. Hier in der Hüfte ganz stabil. Setz dich tiefer. Und höher. Und tief. Und hoch. Noch mal. Tief. Zieh den Oberkörper. Wir merken jetzt in der seitlichen Bauchmuskulatur. Und hoch. Und bleib hier. Zieh. 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 Richtig viel. Komm. Spannung. Arme bleiben oben. Noch vier mehr. Nach drei. Fest machen hier. Nach zwei. Und lockern, 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 lockern. Schwingen. Wir schwingen noch mal. Füße aufsetzen. Tipp. 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 Und nach oben ziehen. Beide Arme. Vier mehr. Drei. Zwei. Und einmal lockern. Jawohl. Wer will, noch mal schön die Schultern kreisen. Schluck trinken. Und dann geht es wieder weiter. Sehr gut. Verdrücken. Verdrücken nicht den Lens. Immer bewegen. Wir beginnen. Boxen. Beine Arme hier vorne. Jack. Jack. Die Hüfte und die Ferse gehen mit. Jack. Wir ziehen den Arm vor und zurück. Jack. 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 Der Bauch ist fest. Die andere Arme oben. Jack. 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 Genau. Jack. Jack. So. Nimm die Beine mit. Nimm sie mit. Jack. 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 Und da wird Tempo. Komm. Zieh. 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 Auch die Beine. Zieh. 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 Vor und zurück. Schultern bleiben tief. Richte dich auf. Bauch fest. Nicht zusammenkümmen. Bleib groß. Noch vier. Drei. Spannende Namen. Und eins. Und wir gehen. Eins. Seite. Hüfte geht mit vor. Zieh. 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 Noch vier mehr. Ganz viel Kraft in die Arme. Und eins. Und wir gehen. Vor und zurück. 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 Nochmal vier. Drei. Zwei. Und eins. Bleib vier. Wir gehen hoch. Tief. Achtet darauf, dass ihr euren Po nach hinten setzt. Und der Arm. Vor. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Setz dich nach unten. Lass den Rücken lang. Komm. Ganz. Tief. Komm. Komm. Vier mehr. Drei. Zwei. Halt den unten. Und zieh. Richtig viel Kraft. Richtig viel Kraft. Komm. Zieh. Setz dich tiefer. Vier mehr. Drei. Zwei. Und eins. Komm nach vorne. Setz dich tief. Tief. Außen. Außen. Die Fußspitzen außen. Arme lang. Oben lang. Schultern tief. Gerade. Oberkörper vor. Rechtes Bein. Linker Arm. Zieh. Zieh. Überkreuz. Komm. Bauch ist fest. Rücken. Lang. Seitliche Bauchmuskeln. Komm. Zieh die Arme lang. Zieh. Setz dich tief. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Vor. 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 Arme. Vor. 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 Arme. Hoch. 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 Die Ferse vor. Ferse. Vor. Komm. Zieh die Arme lang. Lang. Hoch. Hoch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Das Knie nach oben. Hoch. 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 Arme. Bleiben oben. Zieh. 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 Und die Arme gehen mit. Tick hoch. Tick hoch. Lange Arme. Komm. Spannung in den Bauch. Zieh das Knie nach oben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Locker. Andere Seite. Dab. 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 Hüfte und Ferse. Komm. Jep. 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 Die andere Hand wird oben. Dab. 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 Komm. Zieh. 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 Vier mehr. Drei. Zwei. Und wir gehen wieder. Vor. 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 Immer die Hüfte mitnehmen. Baums fest. 99% Streckung im Arm. Komm. Streck und zurück. Streck und zurück. Noch vier mehr. Noch drei. Noch zwei. Sehr gut. Wir gehen vor. Vor. Zurück. Nicht springen. Nur klein. Bounce. Zurück. Ellenbogen bleibt unten. Nicht nach oben. Lege den Ellenbogen. Lass ihn unten. Wir bleiben. Hoch. Tief. 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 Vier mehr. Drei. Zwei. Haltet unten. Setz dich ganz tief. Und zieh. Zieh. Achte darauf, dass das Knie nicht weiter vorne ist als die Fußspitze. Setz dich nach hinten. Lass den Rücken gleich. Bauch fest. Zieh. 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 Vier. Drei. Zwei. Komm nach vorne. Beide Seiten. Arme. Arme. Komm. Lange Arme. Oberkörper geht mit. Und zieh. Jetzt geht es hier in die seitliche Bauchmuskulatur. Achte auf deine Knie. Arme lang. Die Kreuze. Komm. Kreuze. Die Arme haben mein Eigenleben. Spannung in die Arme. Und hier in die seitliche Bauchmuskulatur. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und halten. Wir gehen vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, zurück, vor, zurück. Richtig viel Kraft. Kraft in die Arme. Komm. Zieh. 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 Hoch. 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 Stand beim Boden. Das Knie geht mit. Hoch. 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 Arme vor. Kopf. Oberkörper leicht nach vorne. Bauch ist fest. Zieh das Knie. Ganz hoch. Vier mehr. Drei. Zwei. Und die Arme gehen mit. Zieh. 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 Noch vier mehr. Drei. Zwei. Und locker. Einmal tief atmen. Schluck trinken. Dann geht's weiter. Okay. Habt ihr getrunken? Okay. Dann gehen wir. Wir gehen ins Pilates. Schultern nach hinten. Jawohl. Sehr gut. Pass auf. Wir nehmen unsere Arme zur Seite. Und zieh ran. Und Seite. Und zieh ran. Setz dich schön tief. Standbein beugen. Bauch ist fest. Zieh. Und ran. Zieh. Und ran. Schultern tief. Und zieh. Und ran. Bisschen schneller. Zieh. 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 Ausatmen. Und ein. Noch vier mehr. Drei. Nach zwei. Okay. Halten. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Das Bein ist lang. Ganz hoch. Hoch. Das geht noch höher. Hoch. Der andere Arm bleibt oben. Spannung im Arm. Hoch. Tief. Hoch. Noch vier Stift. Hoch. Tief. Hoch. Noch zwei. Letztes Mal. Halten oben. Oberkörper kommt nach vorne. Das Bein bleibt oben. Und die Arme balanciert euch aus. Lasst das Bein oben. Strecken das Bein. Hoch das Bein. Noch einmal mehr ziehen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Hoch das Bein. Vier. Drei. Zwei. Jawohl. Sehr gut. Hoch. 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 Gemärts. In der Hüfte. Im Bein. In den Armen. Im Bauch. Sehr gut. Zieh. Und zurück. Andere Seite. Standbein beugen. Zieh. Knie an Knie. Knie an Knie. Genau. Tief atmen. Vier mehr. Schön tief sitzen. Drei. Arme bleiben oben. Bisschen schneller. Komm. Zieh. Zieh. Noch vier. Lass die Arme oben. Drei. Zwei. Drei. Okay. Passt auf. Und hoch und tief. Und hoch und tief. Hoch und tief. Hoch. Setz dich tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Noch mal. Vier. Vier. Drei. Zwei. Wir bleiben oben. Halten oben. Komm im Oberköpfer nach vorne. Das Bein stabil halten. Balanciert euch aus. Und hoch. Und die Arme. Konzentriert euch. Hoch das Bein. Kommt, zieh es lang. Und wir machen noch acht. Sieben. Sechs. Hoch das Bein. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ja. Sehr gut. Lockern. Lockern in der Hüfte. Lockern. Schau her. Lockern. 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 Ja. Das können wir. Lockern. Die Brust. Zieh. Lockern. 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 Wir gehen. Eins, zwei, drei, vier. Halten. 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 Noch mal. Eins, zwei, drei, vier. Vor. Zurück. Eins, zwei, drei, vier. Vor. Zurück. Eins, zwei. Die Brust und die Arme nicht vergessen. Zwei, drei, vier. Schön locker werden. Hier Brustmuskel. Der Brust würde sein. Und Brustmuskulatur. Und dann die Mambo. Mambo. Eins, zwei, drei, vier. Noch einmal. Zwei, drei. Wir bleiben hier. Bleiben. Dreimal Mambo. Zwei. Eins. Einmal Pivotin. Einmal runter rum. Anderes Bein. Drei, drei. Drei. Einmal rum. Nochmal. Links. Ah, jetzt ist es bei euch rechts. Einmal nur. Einmal rum. Jetzt komm. Links. Einmal rum. Letzte Runde. Nochmal rechts. Komm. Einmal rum. Noch zwei. Noch eins. Einmal rum. Von Anfang an. Eins, zwei, drei, vier. Mambo. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt geht's los. Drei. Zwei, zwei, eins. Und herum. Da, 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 da. Und links. Genau. Einmal noch. Von der Toppon anfang an. Eins, zwei, drei, vier. Mambo. Eins, zwei, drei, vier. Mambo. Drei. Zwei. Eins. Und herum. Da, 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 da. Komm. Eins, zwei, drei. Einmal rum. Geschafft, geschafft, geschafft. Seht du. Jawohl. Wenn ihr wollt, trägt noch ein Stück. Dann geht's wieder weiter. Okay, geht rum. Jetzt geht's wieder los zum Boxen. Wir nehmen den Hook. Angesicht vorbei. Angesicht vorbei. Und den Ellenbogen mitnehmen. Zur Seite. Zur Seite. Schultern tief. Pass auf. Viermal. Dann geht's. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor. Viermal. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und dann. Vor. Gleicher Arm wieder. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Nochmal langsam. So. Zurück. Zwei. Drei. Vier. Gleicher Arm. Vor. Einmal zwei. Hängen ab. Und dann wieder zurück. Let's go. Vor. Komm. Komm. Und wieder. Jetzt geht's. Da. Wir machen schneller. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ha. Zurück. Komm. Zie. 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 Vor. 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 Nochmal. Zie. Kapp. Der Hoh. Kapp. Weg. Geh. Geh. Mit Greif. Komm. Zie. 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 Ha. Ha. Nochmal. Nochmal. Zie. 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 Lass die Schultern ziehen. Brustbein oben. Zie. Mit Kraft. Mit Kraft. Und Schnelligkeit. Komm. Zie. 99%. Einmal. Zweimal. 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 Zwei. 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 Nochmal. Nochmal. Zie. 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 Da da. Da 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 da. Da 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 da. Und nach vorn. Komm. 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 Puh. 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 Nach vier mehr. Nach drei. Nach zwei. Und nochmal. Zwei Marken. Zwei. 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 Mein Hund ist da. Zwei. 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 Puh. Zwei. 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 Will auch mitmachen. Zwei. Zwei. Und vor. Komm. Zie. 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 Ihr seht ihn nicht. Ihr hört. Zie. Zie. Noch viel mehr. Noch drei. Noch zwei. Und Pause. Sehr gut. Gleich, gleich hier. Der Puls ist wieder oben. Wir kommen wieder zum Pilates. Pilates am Sequel. Sequel ist, Entschuldigung, das Bein ist, das Standbein ist geborgen. Beheben, beheben, senken, strecken, hoch, spielweit strecken, hoch, strecken, hieb, fest, zieh, Arme strecken und Beine hoch, 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 aufrichten, Schultern nach hinten, hoch, 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 Achtung, die Arme, Koordination der Arme. Komm, hoch, 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 noch vier mehr, drei, zwei, halten, pass auf, wir gehen vor, zur Seite, tief, zur Seite, tief, zur Seite, vor, zurück, vor, zur Seite, tief, zur Seite, tief, zur Seite, zurück, nochmal. Und es geht nicht absetzen, das Bein, vor, zurück, letztes, das Knie ist außen, tief, zur Seite, vor, zurück, nochmal nach vorne, tief, 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 die Ellenbogen an die Rippe, hoch das Bein. Hup, 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 jawohl, und kurz absetzen, lockern, Augen lang, und wir schieben, schieben, hoch und tief, hoch und tief, hoch und zur Seite, ziehen, lieben, locker, locker, vier, drei, zwei, pass auf das Bein, gleiches Bein nach hinten, hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Die Arme gehen mit, Oberarm bleibt oben, Unterarm beugen und strecken, das Bein geht hoch, der Po ist fest, Standbein beugen, zieh, 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 noch vier, drei, zwei, eins. Und das Bein anheben, Oberkörper tief, balanciert euch aus, komm richtig nach oben, so hoch es geht mit dem Bein, balanciert euch aus, acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, jawohl, ein bisschen Balancearbeit, andere Seite, hup, wieder groß aufrichten, Standbein beugen, Spielbein strecken, ja, hoch, hoch, die Arme beugen und strecken. Standbein tief, aufrichten, hoch, 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 noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, hoch und die Arme, Arm. Kommt im Wechsel, aufrecht bleiben, vier, drei, zwei, okay, wir gehen vor, seit, tief, seit, tief, seit, vor, zurück, vor, balanciert es aus. Das Knie ist außen, vor, zurück, vor, seit, tief, seit, tief, seit, vor, zurück, super, bleib nach oben und zieh, 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 zieh. An die Rückkei, komm, aufrichten, hoch das Bein, strecken, nach vier, drei, zwei, ja, hoch. Ach, ihr merkt ein bisschen Hüfte, im Standbein, sehr gut, und wir schieben, wir schieben, nach oben, nach unten, nach oben, und unten, und vier, drei, zwei, jawohl, wir gehen hoch, tief, hoch, tief, balanciert euch aus, hoch, achtet darauf, nur die Unterarm, Oberarm bleibt oben, Somit trainieren wir den Trizessen, der Po ist fest, nach acht, langes Bein, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und wir ziehen das Bein wieder hoch, Oberkörper tief, fixiert einen Punkt am Boden, komm, zieh nochmal hoch, nach höher, nach acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, locker, sehr gut, ja, 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 wunderbar, 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 das war echt super. So, pass auf, wir tanzen wieder ein bisschen, wir gehen vor, zurück, pas de bourré, 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 Oberkörper zurück, zurück, vor, pas de bourré, zurück, vor, pas de bourré, zurück, vor, immer entgegengesetzt dem Bein. Ball, nochmal. Ball, nochmal. Eins, zwei, drei, bam, bam. Eins, zwei, drei, bam, bam. Eins, zwei, drei, bam, bam. Eins, zwei, ein bisschen schneller. Eins, zwei, drei, bam, bam. Eins, zwei, drei, bam. In der Luft, zwei, drei, bam. Eins, zwei, drei, bam. Letztes Mal. Eins, zwei, pas de bourré. Eins, zwei. Oberkörper geht mit, 1, 2, Paddelburi, 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 1, 2, 3, Damp, Damp, 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 1, 2, 3, Damp, Eins, zwei, drei, schneller. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Zwei, drei, zwei, drei. Die letzten vier. Marschieren, sehr gut. Wunderbar. Warten wir noch ein Boxing-Block? Okay, wir boxen noch mal so richtig. Okay, wir gehen wieder vor. Das ist einer der Basisblöcke. Das mache ich immer sehr gerne, weil ihr so richtig den ganzen Körper fordert. Denkt wieder an eure Hüfte und eure Fers. Schultern tief. Lange Arme. Okay, machen wir schneller. Ausatmen, komm. Ausatmen. Vier mehr. Drei. Der Arme, der zu mir schaut, macht zweimal. Und der andere einmal. Eins, zwei, komm, komm. Zwei, zwei, eins, zwei. Wir sind ganz nebeneinander. Komm. Zwei, zwei, eins, eins. Zwei, zwei, eins, eins. Da, eins, eins. Marsch, Marsch, Marsch. Zwei, zwei. Marsch, Marsch, Marsch. Zwei, zwei. Marsch, Marsch, Marsch. Zwei, zwei. Komm. Pass auf. Wir gehen. Zwei, zwei, eins, eins. Schaffeln. Klein nach hinten schieben. Schaffeln. Zwei, zwei, eins, eins. Schaffeln. Zwei, zwei, eins. Schaffeln. Zwei, zwei. Schaffeln. Zwei, zwei. Schaffeln. Jetzt ist es. Schaffeln. Nach vorne. Schaffeln. Arme. Lang. Kleinschieben. Nicht springen. Denkt daran. Wir wollten unsere Gelenke nicht belasten. Arme lang. Lang. Hier kommt die Kraft. Spannung. Bauch fest. Nach acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Sehr gut. Und wieder langsam. Andere Seite. Nimm den ganzen Körper mit. Mach dich fest. Den Fall noch. Bisschen schnell. Okay. Und jetzt geht es wieder. Wir gehen. Zwei, zwei, eins, eins. Zwei, zwei, eins, eins. Zwei, zwei, eins. Zwei, zwei, eins, eins. Zwei, zwei, eins, eins. Zwei, zwei, eins. Eins. Zwei, zwei, eins. Zwei, zwei, eins, eins. Passt du auch. Wir haben den Schaffel dazu. Schaffel. Zwei, zwei, eins. Schaffel. Zwei, zwei. Schaffel. Zwei, zwei. Schaffel. Zwei, zwei. Schaffel. Schaffel. Letzten zwei. Schaffel. Zwei, 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 schaffeln, nur schaffeln, nach vorne, Arme, komm, noch mal Gas, fest im Bauch, Arme lang, jetzt in acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und lösen, tief einatmen, aus, tief einatmen, aus, tief einatmen, sehr schön, letzter Pilates Block für heute, wir nehmen unseren Arm zur Seite, den anderen Arm nach oben, wir ziehen und zurück, ziehen und zurück, ziehen, das heißt, wir gehen hier mit dem Oberkörper in die Seite, in die Seite, ziehen den Arm wieder lang, das Knie nach oben, zur Seite, das Knie nicht nach vorne, zur Seite, okay, ziehen, Spannung im Arm, ziehen, Oberkörper geht in die Seite, wir gehen, ziehen, ziehen, noch vier mehr, noch drei, noch zwei, halten, halten, oben, halten, 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 zur Seite, das Knie geht nach außen, ziehen, hoch, komm, komm, zieh, wir gehen, zieh, zieh, nach außen das Knie, ohne Boden, komm, wenn es geht, komm, zieh, zieh, lass den Rücken lang, Bauch ist fest, nach acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, komm nach vorne, komm nach unten, das gleiche, das gleiche Bein, zurück und vor, zurück und vor, aufrichtet, wir setzen uns tief, das Knie nicht bewegen, zieh, 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 wir kommen tiefer, tief, tief, abstützen, langer Rücken, zieh, zieh, überkreuz, zieh, zieh, setz dich tief, noch acht, sieben, komm, halte unten, fünf, vier, drei, zwei, eins, und nach oben kommen, richte dich wieder auf und wir machen die Crunches, Crunch, Oberkörper, rund, hier, und auch wieder aufrichten, Crunch, 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 letzten vier, drei, zwei, einmal tief atmen, andere Seite, zieh und löse, zieh, wieder stabiler Arm, zieh und löse, zieh, gib ganz, zieh, 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 noch vier mehr, noch drei, noch zwei, und wieder schön in die Seite hier, halten, halten, balanciere dich aus, berichte dich auf, Brustbein neben, Schultern tief, stabile Arm, halten, 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 zur Seite, zieh ran und weg, zieh ran, der andere Arm ist auf Ohrhöhe, zieh ran, Bauch ist fest, zieh, 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 das Knie ist außen, ohne Boden, zieh, 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sehr gut, komm zu mir, tief gehen, gleiches Bein, vor und zurück, stabiles Knie, Brustbein hebeln, zieh, zieh, setz dich ganz tief, runter, zieh, 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 nur noch vier, nur noch drei, nur noch zwei, wir stützen uns ab, und los geht's, zieh, zieh, komm tief, achte auf dein Knie, langer Arm, zieh, zieh, langer Rücken, zieh, 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 nach acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, nach oben kommen, aufrichten, wieder die Kranches, zieh, zieh, nach oben, Balance, hier in die Seite, komm in, Bauchmuskulatur, zieh, Oberkörper runter, rund, gerade, rund, gerade, komm, zieh, nur noch letzten, zwei, und löse, sehr gut, Applaus, Applaus, so, kleine, knackige Fitnessboxeneinheit heute, wir schauen mal, dass wir uns ein bisschen bewegen, locker, also dieses Mal, locker, bisschen Cooldown, jawohl, bisschen Boxen, bisschen Pilates, bisschen Tanz, damit entlasse ich euch dann ins Wochenende, jawohl, ihr wisst ja, wenn ihr da oben noch dieses I klickt, da gibt's eine ganze Menge Videos von mir, unterschiedlicher Art, vielleicht findet ihr da noch das eine oder andere, was euch gefällt, ganz schön locker, nimm die Arme mal locker, immer unter Herzhöhe, ganz tief, komm, jawohl, sehr schön, und wir stützen uns einfach mal ab, und wir gehen tief, 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 und die Beine sind lang, und beugen, die Strecken und Beine weit auseinander stehen, dass wir hier die Dehnung haben, schon mal in den Adduktoren, Schulter geht mit, zieh, zieh, immer ein zwei, und zwei, kleinen Federn, zwei, 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 Doppel, 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 ein letztes Mal, Doppel, bleib hier, ein bisschen tiefer, stütz dich ab, streck die Beine, und setz dich nach hinten, und streck die Beine, und setz dich nach hinten, wenn du willst, nimm die Fußspitzen nach vorne, und stell dich ruhig ein bisschen enger, und wieder nach hinten, und wieder strecken, der Rücken ist lang, wir setzen uns nach hinten ab, nicht die Knie hervorschieben, aufpassen, die dürfen nie weiter vorne sein, als die Fußspitzen, noch einmal, setzt dich so tief, wie es das Knie erlaubt, bevor es wehtut, und dann bleib hier unten, und federn wir ganz klein in die Seite, egal wie weit du jetzt stehst, einfach mal von einem Fuß zum anderen fändeln, versuch die Beine zu strecken, Jawohl, gleich noch ein bisschen Faszientraining nebenbei, wie geht es jetzt in die Lendenwirbelsäule, die Lombalfaszie, und dann wieder enger stellen, und dann stützen wir uns auch mit den Händen, Knie leicht beugen, wir kommen mit geradem Rücken nach oben, drehen uns ein bisschen seitlich, hinten die Ferse tief ziehen, dehnen die Wade, Schultern schön zurück, bleibt gerade im Rücken, dann den Hüftbeuger, schau, dass du hier das hintere Band beugst, die Hüfte nach vorne schiebst, ganz klein nach unten schieben, zieh richtig die Hüfte vor, wir öffnen dabei die Arme, Daumen ist hinten, dehnen die Brustmuskulatur, setz dich ruhig dann noch mehr tief, und hier schön in die Dehnung hinein, das musst du spüren, da am Hüftbeuger, und wir setzen uns dann nach hinten ab, Popo, Hinterschieben, gerne vorne die Fußspitze tief, wir spüren die Dehnung nochmal hier im Beinbeuger, in der Rückseite, auch hier den Rücken lang lassen, jawohl, wir heben das Bein das vorne aber an, Fußflex, zieht das Knie nach hinten, gerne den Arm nach oben nehmen, oder auch stützt euch irgendwo ab, den Quadrizeps, das ist der vore Oberschenkel, Muskel, und dann langsam lösen, das Bein gleich nach hinten schieben, wieder die Ferse tief vorderst kniesen, wieder hinter der Fußspitze, achtet da drauf, dann die Hüfte nach vorne schieben, wieder die Hüftbeuger-Dehnung erreichen, vielleicht müsst ihr mit dem Vorderrückgang ein bisschen weiter vorrutschen, dass ihr wieder das Knie hinter der Fußspitze habt, Hüfte, Hüftebeuger nach vorne, und die Arme vorne schließen, Schulterblätter auseinanderziehen, der Kopf ist tief, tief durchatmen, mit dem Oben am Rücken gleich noch mit dazu, dann lösen, wir setzen uns wieder nach hinten ab, Apropos nach hinten schieben, Rücken lang, und dann die Fußspitze wieder tief, hier der Beinbeuger wird wieder gedehnt, tief hineinatmen, lass den Rücken lang, die Schultern weg von den Ohren, abstützen, nach hinten ziehen, dann langsam lösen, mal ausschütteln, wir kommen nochmal nach vorne, dehnen auf die Schulterpartie, einen Arm rüberziehen, wir fassen nach, dass ihr hier richtig Dehnung habt, hier in diesem ganzen Bereich, lasst die Schulter aber tief, richtig rüberziehen, da könnt ihr ruhig dran ziehen, dass ihr die Dehnung spürt, nicht, dass ihr nur festhaltet, sondern ruhig immer ein bisschen ziehen, tief durchatmen, der Puls müsste jetzt langsam wieder unten sein, okay, andere Seite, Schulter bleibt wieder tief, sehr gut, wir lösen, lockern nochmal mit den Trizeps, ein Arm nach hinten, wir fassen nach, wir dehnen hier den Trizeps, gerade im Kopf rücken, schauen, dass ihr da nicht so krumm bleibt, oder werdet, die Endung ist oben, dann wechseln, andere Seite, jawohl, ihr spürt die Dehnung, ich hoffe, es geht euch morgen gut, auf jeden Fall habt ihr heute ein bisschen was getan, wenn es nicht gereicht hat, macht das einfach nochmal, das Video, dann tief einatmen, und ganz tief ausatmen, nochmal ganz tief ein, auf die Zehenspitzen, und aus, noch einmal, tief ein, und aus, lasst euch unten hängen, ruhig nochmal Federn, Beine noch mal strecken, mit den Händen auf die Oberschenkel abstützen, mit geradem Rücken nach oben kommen, Schultern nach hinten nehmen, mal kurz hineinspüren in den Körper, schließt die Augen, ich hoffe, es kribbelt überall ein bisschen, das war's für heute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, schaut immer mal wieder auf unsere anderen Videos, schaut auch mal, und folgt uns auf Instagram, oder Facebook, da gebe ich auch immer bekannt, wann es die nächsten Live-Clases gibt, ab jetzt ist auch das Training im Garten erlaubt, zu viert, also mit mir fünf, das heißt, ich mache ab jetzt, ab nächster Woche, Pilates im Garten bei mir, wer in Innersdorf wohnt, oder Umgebung, und dabei sein möchte, meldet euch einfach bei mir auf, schaue ich, ob ich euch da noch mit unterbringen kann, ich freue mich, danke fürs Mitmachen, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.